Hallo lieber Schütze, herzlich willkommen zu deiner Halbjahreslegung von Juli bis Dezember 2022. Ich habe mir folgendes überlegt für dich und zwar werde ich die Legung in zwei Bereiche teilen. Einmal Berufung, Beruf Finanzen. Da habe ich hier die Karten für dich schon mal parat gelegt. Das ist jetzt nur für die berufliche und finanzielle Geschichte. Und dann habe ich hier an der Seite, siehst du schon die ersten Karten für die Liebe und die Partnerschaft. Okay, denk bitte immer daran, es ist eine Kollektivlegung. Sie kann auf dich zutreffen, muss sie aber nicht. Suche dir bitte das, was für dich sich stimmig anfühlt, einfach raus. Ansonsten denk bitte daran, es ist ja eine Zukunftsvorhersage mit halbjährigen Tendenzen. Es könnte auch sehr gut sein, dass du damit überhaupt gar nichts anfangen kannst. Und dass du dir vielleicht sagst, ja was für ein Quatsch, dann guckst du dir das einfach nach ein, zwei, drei Monaten einfach nochmal an. Manchmal gibt es Wege, die wir gehen, die wir uns so hier und jetzt noch gar nicht vorstellen können. Und von dem her, bleib da ganz entspannt und gelassen. Lass dich einfach darauf ein. Wie gesagt, wichtig ist, dass sich das Ganze positiv für dich anfühlt, stimmig für dich anfühlt. Und ansonsten, wenn du sagst, nee, da kommst du gar nicht drauf, klar, kannst du dir natürlich auch deine anderen Sternzeichen angucken, wie Mond, Venus oder Aszendenzzeichen. Und genau, und wir fangen jetzt erst mal an. Welche Karten ich verwende, wie du mich erreichen kannst für persönliche Legungen, findest du alles unten in der Infobox. Was ich euch zu dieser jetzigen Legung schon mal vorab sagen kann. Wir haben hier den Erzengel Gabriel, das ist der Erzengel der Berufung. Da werde ich ganz zum Schluss euch eine Impulskarte ziehen. Deswegen packe ich diese Karten hier erstmal an die Seite. Wir haben hier die Lennemont-Karten, die dürften euch mittlerweile ja auch bekannt sein, von den anderen Legungen von mir. Und wir haben hier ein Tarot, mit dem ich liege, für euch. Und wir gucken jetzt erstmal die Überschrift für euch im Bereich Beruf, Finanzen, Selbstständigkeit, je nachdem, um was es bei ihr geht. Das gucken wir uns jetzt erstmal an. Und da holen wir uns jetzt erstmal ein paar Impulse. So, für den Schützen von Juli bis Dezember 2022 hätte ich bitte gerne Impulse. Nehmen wir die? Nehmen wir die nicht? Guckt mal. Ja, kriege ich gerade rein. Die nehmen wir. Okay, alles klar. Wir fangen an mit der Bewertung. Wir gehen von der Bewertung in die Organisation. Okay. Na, die ist auffällig und die nehmen wir auch. Und die Ansicht. Sehr schön. Dann lege ich die mal zur Seite. So, meine lieben Schütze Geborenen. Wir haben hier folgendes. Bewertung. Richten Sie nicht über andere. Ja, also hier ist ganz wichtig, dass du wirklich im Bereich deiner Finanzen und deinem beruflichen Werdegang auf dich gerichtet bist. Und nicht auf andere, sondern dass du dich wirklich auf dein Sein, auf deine Mitte, auf deine Wünsche, Ziele im beruflichen Sinne konzentrierst. Ja, richte dein Augenmerk in der zweiten Jahreshälfte bitte mehr auf dich als auf andere. Was für dich hier sehr, sehr wichtig ist, ist die Organisation, lieber Schütze. Halten Sie Ordnung und organisieren Sie sich. Also auch hier ist es ganz wichtig, dass du mit der Bewertung und der Organisation, du dich mehr auf dich fokussierst. Ja, also deine Energie, deine Ausrichtung ist bitte hier auf dich gemünzt und versuche mehr Struktur und Ordnung in dein berufliches Dasein zu bringen. Hm, schauen wir mal. So, dann haben wir hier die Ansichten. Betrachten Sie Situationen aus einem anderen Blickwinkel. Das ist eine interessante Karte, denn letztendlich, wenn du dich organisierst, kann es auch sein, dass du dich hier neu strukturierst. Dass du hier aufgrund der Organisation, du neue Ansichten bekommst im Bereich deiner Berufung. Dass du auf einmal Impulse und Ideen bekommst, weil du deinen Blickwinkel hier veränderst, Schütze. Also das ist ganz, ganz wichtig. Da kriege ich schon Versprecher. Habt ihr das gehört? Also hier ist es ganz wichtig, dass du dich auf dich selber konzentrierst, dich organisierst, umorganisierst, neu organisierst. Und du wirst automatisch durch die Neuorganisation, wirst du deine Ansichten verändern, deinen Blickwinkel, der wird sich verändern. Und wisst ihr, was mir auch reinkommt? Wenn du hier mehr bei dir bist, anstatt im Außen bei anderen, ja, dann wirst du definitiv viel, viel mehr Zeit haben, um dich, um dich selber zu kümmern. Wenn wir im Außen sind und immer gucken, was macht der Chef, was macht die Mitarbeiterin, die Kollegin, wie auch immer, dann arbeiten wir nicht für uns, sondern wir lenken uns ab durch das Außen. Und das kann hier im beruflichen Sinne sehr kontraproduktiv sein. Und auch da ist es wichtig, dass du deine Ansichten veränderst. Wir gucken mal weiter, was das Tarot hier bei euch sagen möchte. Okay, wir haben hier den Stern, Ziele, Träume, Wunscherfüllung, acht der Münzen, das ist sehr gut, das ist die Arbeit, die Karte der Arbeit. Jetzt muss ich mal gucken, es sind neun der, nein, neun der Münzen, ja, neun der Münzen, hier, das ist die Karte neun der Münzen, wow, sehr schön. Ja, und dann, Schütze, und dann haben wir hier zwei der Stäbe, etwas, was sich auf Stagnation, Planung, aber noch nicht vorangehen bezieht. Oh, und wir haben hier den Teufel. Im beruflichen Sinne, lieber Schütze, kannst du es hier entweder mit deinem Ego zu tun haben, ja, dass du hier dich weiterentwickeln möchtest, dass du hier schneller vorangehen möchtest oder vielleicht auch sehr egoistisch vorangehen möchtest. Du bist hier vielleicht mehr auf dich besandt, wie auf andere. Oder aber auch, das können Einflüsse von außen sein, die dich hier triggern und belasten. Aber ich denke eher, das ist, das hat was damit zu tun, dass du dich hier auf dich selbst besinnst, ja, dass du also im kommenden halben Jahr richten sie nicht über andere, ja, dass du also hier nicht in die Bewertung gehst, weil du vergangen, aus der Vergangenheit heraus gelernt hast. Wenn du dich mit anderen beschäftigst, ja, dann kannst du halt nicht an dir selber arbeiten. Es könnte auch ein Echo sein, so nach dem Motto, du hast hier über jemanden anders bewertet, gerichtet oder wie auch immer und das Echo kommt jetzt. Es kann auch ein anderer Kollege sein oder dein Chef oder wie auch immer, ja, dass du jetzt hier sozusagen ein Echo erhältst. Da musst du mal gucken, was bei dir letztendlich Thema ist im Moment, gerade aktuell auf der Arbeit. Auf jeden Fall ist Fakt, du hast Träume, Ziele und Wünsche und du möchtest gerne beruflich nach vorne kommen. Und das finde ich auch sehr schön, weil du bist hier sehr klar, ja, du bist hier sehr klar, du bist hier sozusagen dabei, dich zu organisieren, um dann neu mit der neuen Organisation sozusagen voranzugehen. Du arbeitest ganz arg an deinem beruflichen Dasein im nächsten halben Jahr. Das wird dir sehr, sehr wichtig werden. Es könnte auch sowas sein, wie du hast klare Vorstellungen im beruflichen Sinne und kannst auf diese Dinge alleine stemmen. Ja, wir haben hier neun der Münzen. Das ist die Wertigkeit. Das ist hier die Karte, der du weißt, was du wert bist. Du weißt, was du kannst. Du hast letztendlich alles, was du brauchst. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass du auch daran festhältst. Und das wirst du tendenziell, denke ich, wirst du das schon. Denn wir haben zwar hier eine Stagnationskarte, Schütze, aber guck mal, was der Mann hier auf dem Bild macht. Ja, der steht hier vor dem Plan. Der hat genau Vorstellungen. Der hat hier Vorstellungen, wo er hin will, was er machen will. Und er plant jetzt sozusagen seine Route. Was wäre, wenn? Was könnte sein? Eventuell. Ja, wie möchte ich das haben? So, und da bezieht er gar nicht andere mit ein, sondern das tut er für sich alleine. Ja, also hier sehe ich jemanden, der nicht im Team arbeitet. Ich sehe hier eher jemanden, der alleine arbeitet, der für sich alleine kämpft. Ja, der für sich alleine was aufbaut. Ja, so nach dem Motto, verlass dich auf andere und du bist verlassen. Also hier ist wirklich jemand, hier ist ein Schütze, der sich ein Stück weit auch selbst beweisen will, dass er es alleine schafft. Das kann gut sein. Das ist, finde ich, gar nicht verkehrt. Ja. So, was haben wir hier? Die Lennys. Okay, wir haben die Eulen. Wir haben den Brunnen. Wow. Wir haben das Kreuz. Und wir haben den Reiter. So, und dann haben wir das Labyrinth. Ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du im beruflichen Bereich wieder mehr Frieden haben möchtest. Ja. Wir haben hier die Friedenstauben. Wir haben dich hier in der Mitte. Und du bist hier schon mehrere Wege gegangen. Und bist immer mal an irgendwelche Sackgassen gestoßen. Du hast immer mal was versucht zu kreieren, zu erschaffen. Und hast das nicht so richtig geschafft. Könnte auch sein, dass du hier einen Konkurrenten hast, der dir sehr gerne im nächsten halben Jahr das Leben schwer machen möchte. Wir haben hier sozusagen die Eulen. Ja. Guckt mal. Die Eulen und der Stern. Was sagt mir das? Das sagt mir letztendlich nichts anderes, als dass du absolut klar bist in deinem Handeln und in deinem Tun. Ja. Aber du hast auch ein Stück weit entweder dritte Personen, die dir immer wieder dazwischenreden. So nach dem Motto. Das kann doch nicht sein, dass du das machst. Du sagst doch. Ich bin mir aber klar. Ich möchte das gerne machen. Ich organisiere mich neu. Ja. Ich habe hier einen neuen Blickwinkel. Ja. Ich möchte dem gerne nachgehen. Und das möchte ich gerne tun. So. Und dann gibt es hier Menschen, die eventuell sagen können, das kannst du doch nicht machen. Oder du bist selber so aufgeregt, dass du vor Freude, dass du jetzt neue Wege gehst im Bereich der Arbeit. Dass du so nervös bist. Ja. Dass du dich darauf freust, hier endlich deine Wunscherfüllung zu kreieren, zu erarbeiten. Dass du deinen Zielen nachgehst, dich neu organisierst und und und. Und das alles durch die Veränderung des Blickwinkels und dadurch, dass du hier nicht mehr über andere richtest. Ja. So, dann haben wir hier die acht der Münzen, wo ich gesagt habe, du arbeitest an deinen Träumen, Wünschen und Zielen. Und das hier ist auch, ich sage mal immer, der Wunschbrunnen. Du arbeitest wirklich an deinen Wünschen. Ja. Du bist dir ganz klar, was du möchtest und du arbeitest ganz zielstrebig daran. Und du lässt dir auch definitiv hier von keinem anderen was sagen. Und ich kann dir auch gerne erklären, warum das hier so ist. Weil du deinen Selbstwert wiedergefunden hast. Beziehungsweise wiederfinden wirst. Du weißt, was du erarbeiten kannst. Du weißt, was du erschaffen kannst. Du weißt, was du tun kannst, um hier erfolgreich zu werden. Denn das ist ein Prozess, der ist karmisch. Das ist also in deinem Seelenvertrag geschrieben. So nach dem Motto, du bist jetzt soweit, beruflich dein eigenes Geld zu verdienen, für dich selber einzugestehen, neue Wege zu gehen. Ja. Du wirst auf jeden Fall hier im beruflichen Bereich, wirst du hier alles haben und bekommen, was du brauchst. Denn das ist hier mit neun der Münzen, hast du alles, was du brauchst. Du bist erfolgreich. Ja. Und das nur durch neu organisieren, Ansichten, Blickwinkel ändern. Ja. Und Fokus nur auf dich. Überleg mal, was das, nur diese zwei Sachen, was das hier an Veränderung bei dir im beruflichen Bereich bringen kann. Oder wird, je nachdem, wie du sehr, wie sehr du daran arbeitest. Ja. Es kommt hier jemand auf dich zu, der dir hier eventuell Hilfe geben kann in diesem Prozess, der dich hier zum Beispiel in deinem neuen oder auf deinen neuen Weg berät. Ja. Damit kannst du rechnen, dass hier jemand kommt und dir sozusagen Unterstützung bietet. Also, ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Es ist auf jeden Fall ein Prozess, den du hier nicht mehr aufhalten kannst, weil du hier im kommenden halben Jahr in die Fülle gehst. Ja, sag ich doch. Boah. Jetzt wird mir schlecht. Leute, guckt mal. Göttliche Führung, die Idee, die zu dir, die Ideen, die zu dir kommen, sind vom Himmel gesandte Antworten auf deine Gebete. Bewusst oder unbewusst, ist egal. Wir haben hier das Kreuz und wir haben hier die göttliche Führung. Ja, es ist vorgeschrieben, dass du hier was erschaffen wirst, wo es dir finanziell gut geht, wo du in die Unabhängigkeit gehst. In die Unabhängigkeit kann auch sein, dass du hier dich selber finanzierst, dass du zum Beispiel, ich sag mal, deine erziehende Mama bist und dass du hier zum Beispiel an deiner Arbeit so intensiv arbeitest, ja, dass hier zum Beispiel dein Chef sagt, Wunscherfüllung, du bekommst mehr Gehalt, weil du gut organisieren kannst, weil du einfach den Blickwinkel hast, um gewisse Situationen anders zu bewerten. Du guckst nach vorne, vorausschauend, du denkst mit, ja. Und das sind alles Dinge, die bei dir jetzt in der nächsten Zeit, in den nächsten Monaten eintreffen können, die für dich sich positiv ausüben oder auswirken, sag ich mal. Es ist auf jeden Fall eine Situation, die dir gut tut. Es ist auf jeden Fall eine Situation im finanziellen Bereich wie auch in der Arbeit. Das ist ja immer eine Symbiose. Ist die Arbeit auf einem hohen Level, bekommst du das in der Regel auch bezahlt. Zumindest sollte es so sein. Hier ist es so, ja. Mit neun der Münzen hast du alles, was du brauchst, weil du dafür sozusagen für deine Arbeit die Erlöse erhältst, ja. Und das nur, weil du absolut klar bist, deiner Wunscherfüllung, deinen Träumen nachgehst, ja. Für die, die sich selbstständig machen wollen, organisiert euch, ja. Schaut aus dem anderen Blickwinkel, ja. Geht raus aus der Bewertung, sondern guckt wirklich, was ihr hier machen wollt. Und gefolgt eurer Klarheit und euren Wünschen. Arbeitet daran. Ihr werdet definitiv viel arbeiten die nächste Zeit, die nächsten Monate. Aber ihr werdet hier auch definitiv die Umsätze und Erlöse erzielen. Ja, keine Frage. Nehmt die Hilfe bitte gerne an und dann richtet euch neu aus und plant weiter, wie es dann 2023 weitergeht. Das hier, was ich hier sehe, ist sozusagen der Aufbau schon jetzt für 2023. Ihr werdet jetzt schon hier die Weichen stellen. So musst du dir das vorstellen, okay. So, das war hier eure berufliche Geschichte. Da bin ich ja mal gespannt, wer hier mit in Resonanz geht. Auf jeden Fall sehr schön. Neun der Münzen, acht der Münzen, Mega-Karten, ja. Klarheit, Wunscherfüllung, neu ausrichten. Und da ist der Teufel dann auch gar nicht mehr so schlimm. Denn ihr werdet hier definitiv euer Ding durchziehen. Ganz klar, keine Frage. Ihr werdet es tun. So, ich lege jetzt mal die Karten hier zur Seite. Die brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Denn wir beschäftigen uns jetzt hier mit der lieben Liebe. Und da gucken wir mal, was die Engel der Liebe jetzt in der kommenden Zeit, den kommenden Monaten, von Juli bis Dezember, für den Schützen zu sagen haben. Was gibt es für den Schützen im nächsten halben Jahr im Bereich der Liebe? Was ist hier Thema? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sie sind alle geflogen. Wir haben hier die Past-Life-Beziehung. Ihr habt euch schon früher gekannt. Aha, das werdet ihr dann merken. Sich gegenseitig kennenlernen. Indem ihr einander euer innerstes Wesen enthüllt, vertieft sich eure Verbindung. Also hier gibt es wirklich, nee, ich sag's noch nicht, Gespräche von Herz zu Herz. Sprecht ehrlich miteinander über eure Gefühle. So, jetzt. Also, ich gehe ganz stark davon aus, dass ihr, also die Mehrheit wird hier jemand Neues kennenlernen. Definitiv, ja. Wenn ihr jemand Neues kennenlernen werdet, dann werdet ihr voreinander stehen und werdet sagen, wow, irgendwoher kenne ich dich, ja. Ihr seid euch absolut vertraut und sich gegenseitig kennenlernen, das wird lustig, weil wenn man sich vertraut ist, dann guckt man sich an und man weiß, was der andere denkt. Das ist lustig hier. Das ist eine, das wird hier eine Love-Story sein, wenn ihr die Gespräche von Herz zu Herz führt, da habt ihr das Gefühl, ihr redet aus dem Herzen des Anderen. So, jemand, der schon in einer Beziehung ist von den Schützen, ja, ihr werdet hier euch neu kennenlernen. Es wird eine neue Ebene geben, sagen sie, wo ihr sozusagen eine neue Stufe der Beziehung leben werdet. Sich kennenlernen man letztendlich, egal wie lange man zusammen ist, man wird immer neue Seiten an seinem Partner kennenlernen, immer, ja. Es gibt keine Zeit, wo man sich immer kennt oder schon immer gekannt hat, weil wir Menschen haben so viele Facetten aneinander oder an uns selber, dass wir immer das Gefühl haben, egal in welcher Situation, es kann sein, dass hier etwas passiert und ihr sagt, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du so reagierst, ja. Also das ist hier für die, die denken, ja, ich kenne meinen Gegenüber, äh, äh, wirst du nicht kennen. Ihr werdet hier einige Dinge, einige Situationen haben, wo ihr sagt, wow, ich glaube, ich lerne dich gerade neu kennen, ja. Aber wie gesagt, die Mehrheit wird hier jemand Neues kennenlernen. So, und wir gucken jetzt mal mit dem Tarot. Um was geht es denn hier bitte bei dem Schützen? Okay. Das ist echt uncool. Wir haben hier drei der Schwerter, aber da erkläre ich gleich was zu. Also bleibt dran, schaltet nicht gleich ab. Lasst es euch bitte erst erklären. Wir haben sieben der Stäbe. Das sind ja wundervolle Karten hier bei euch. Oh mein Gott. Wir haben hier vier der Kelche und neun der Kelche. Okay. So, was haben wir als Outcome? Ja, wunderbar. Das finde ich super. Schaut mal. Ja, also wir haben hier zwei der Münzen. Zwei der Münzen ist letztendlich der Wankelmut, eine Entscheidung treffen. Das ist absolut euer Thema, Entscheidungen zu treffen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ist für euch unheimlich schwierig, weil ins Vertrauen zu gehen, das ist Aufgabe für den Schützen. Ja, Vertrauen zu einer dritten Person. Da muss schon eine ganze Menge vorgefallen sein, damit ihr wirklich vertraut. Ihr seid nicht unbedingt die Entscheidungsträger. Ja, aber das ist nicht schlimm. Also im kommenden halben Jahr, meine Lieben, haben wir hier folgendes. Ihr seid hier in einer Beziehung im nächsten halben Jahr, wo ihr euer Gegenüber aus früheren Leben kanntet. Die drei der Schwerter heißt, wir haben mehrere Inkarnationen. Und in einer der Inkarnationen wart ihr schon mal zusammen und habt auch die gleiche Situation hier gehabt mit Herzschmerz. Also diese Beziehung mit dem Herzschmerz, die kennt ihr schon. Und wenn ihr mit jemandem zusammen seid und ihr verletzt einander gegenseitig, dann habt ihr wie ein Déjà-vu und sagt, oh nee, irgendwie kenne ich das. In der Regel kann man nicht sagen, dass okay, das war jetzt mit dir, aber es ist auf jeden Fall, weil wir ja durch den Schleier des Vergessens gegangen sind. Und das heißt, wir kennen zwar die Situation, weil wir das fühlen, aber wir können nicht hundertprozentig sagen, okay, das war jetzt genau mit dir. Ja, es ist aber so. Mit dem Partner, mit dem ihr jetzt zusammen seid oder zusammenkommt, hattet ihr schon mal Herzschmerz, hattet ihr schon mal genau diese Situation. Nur die wurde nicht beendet und damit habt ihr jetzt auf eurem wundervollen weißen Teller die gleiche Quasselsuppe. Ja, wunderbar. Also ihr dürft diesen Zustand von Herzschmerz, meine lieben Schützen, dürft ihr jetzt hier noch mal leben, damit ihr hier einen Abschluss findet, okay? Ich werde jetzt aber gleich noch mal eine Lennemore-Karte dazu ziehen. Um was geht es denn hier noch bei den drei der Schwertern? Ja, das hat hier was mit dem langsamen Vorangehen zu tun oder auch Herzschmerz, weil euer Gegenüber hier weiter weg ist. Das müsst ihr jetzt bitte selber für euch dann entscheiden. Also einige von euch werden hier eine sehr langsame Entwicklung haben, weil wie zum Beispiel hier Herr, Frau, Schütze sich nicht entscheiden kann. Dadurch euer Gegenüber oder auch ihr, je nachdem, ins Leiden geht. Hier würde ich sagen, geht ins Vertrauen, geht ins Gespräch. Ja, fokussiert euch mal auf den Herzschmerz. Herzschmerz, warum habt ihr hier Herzschmerz, wenn ihr euch doch schon aus früheren Beziehungen kanntet und warum versucht ihr hier mit dem Schiff, diese Situation auszubremsen? Ja, angucken, fühlen und Fokus auf Lösung bitte. Das ist hier fürs kommende halbe Jahr ganz wichtig bei euch, okay? So, dann haben wir hier sich gegenseitig kennenlernen. Ja, da wird einer von euch das Gefühl haben, ich muss mich immer rechtfertigen für mein Handeln und Tun. Ja, der Stäbe ist immer sich rechtfertigen müssen oder das Gefühl zu haben, ich muss mich hier immer rechtfertigen. Für was? Warum? Für deine Ängste, weil du Angst hast hier, dass dir das Gleiche widerfährt. Ich glaube, das ist hier ein karmischer Prozess, der hier im nächsten halben Jahr bei dir abgeht. Du darfst hier wirklich ins göttliche Urvertrauen gehen, Schütze. Du darfst hier wirklich vertrauen. Rede über deine Gefühle. Sage, warum muss ich mich rechtfertigen? Ich habe das Gefühl, ich muss mich hier rechtfertigen. Ja, die Gefühle, die Sorgen und Ängste, die Rechtfertigung. Ja, lernt euch kennen. Es ist ganz wichtig, dass ihr wirklich über diese Thematik hier sprecht. Das hat alles was mit vergangenen Leben zu tun hier. Ihr habt jetzt im kommenden halben Jahr die Möglichkeit, hier Dinge abzulösen. Ja, so. Wir haben hier die Gespräche von Herz zu Herz. Okay, dann haben wir hier vier der Kelche. Hier möchte jemand ein Angebot machen. Hier möchte jemand im Gespräch auf dich zukommen. Dir sagen, hey, komm Schütze, ich helfe dir dabei. Ja, wir haben hier neun der Kelche. Neun der Kelche ist ein heiles Familienleben. Es geht hier um deine Liebe und um dein Familien-Dasein. Hier möchte dir jemand helfen, dass du deine Sorgen, Ängste und dein Kummer überwindest oder überbrückst oder damit in die Heilung gehst. Ja, wir kriegen öfter Seelenpartner geschickt, karmische Partner geschickt, um damit wir unsere Themen heilen können. Und das hier ist... Und das ist ganz wichtig. Was habe ich gerade gesagt? Es ist ein karmischer Prozess. Genau, das habe ich gesagt. Hier haben wir schon das Kreuz. Das ist das karmische Kreuz. Das heißt, dein Prozess im nächsten halben Jahr in der Liebe ist es, deine Sorgen und Ängste aus vergangenen Leben von den Verletzungen zu heilen. Und dann wirst du hier ein wundervolles Familienleben führen können, wenn du deine Trägerpunkte bearbeitest. Und guck mal, wie nervös du bist. Ja, wir haben hier die Vögel. Die stehen für Nervosität oder aber auch, dass sich dritte Personen von außen bei euch einmischen. Ja, hier ist es wichtig, dass du auf dein Herz hörst. Hier ist es wichtig, dass du wirklich auf dein inneres Kind hörst, deine Seele. Was möchtest du? Ja, was ist dir wichtig? Nicht, was ist dem außen wichtig? Dass du nervös sein könntest hier in dem Prozess. Das ist klar. Ja, weil wir treffen in der Regel nur Entscheidungen, gerade auf der Herzebene. Ja, wenn wir das Ziel sehen. Aber das Ziel wirst du hier nicht sehen, weil du hier ins göttliche Urvertrauen gehen darfst. So, und was geht es hier beim Schützen noch in der Liebe? Okay. Nein. Nein. Okay, es geht ein Nein rein. Und wenn ein Nein kommt, dann ist ein Nein. Schütze, das ist cool. So, also, pass auf. Wir haben hier die Erwartungen, ja. Und zwar, bleib deinem Gegenüber positiv aufgeschlossen. Lass alle Erwartungen los. Ja. Was hast du für Erwartungen? Dass du wieder verletzt wirst? Dass es wieder lange dauert, bis du eine Entscheidung triffst? Oder dass der Prozess sich wie Kaugummi dahin zieht? Es könnte hier schneller gehen, als du denkst, dass sich dieses Thema hier ablöst, indem du deine Erwartungen loslässt. Und zwar, indem du aus dem Negativen, aus dem Verletztsein rausgehst und sagst, diesmal wird das anders. Weil ich weiß, ich löse hier einen Prozess ab. Ich darf hier aus der Past-Life-Beziehung, aus dem, was ich früher mit meinem Partner erfahren habe, darf ich jetzt, habe ich die Chance und darf es anders machen. Ich darf aus meinen Ängsten rausgehen. Ich darf aus der Situation oder aus der Energie, ich muss mich immer rechtfertigen, rausgehen. Denn wir lernen uns ja hier kennen, egal auf welche Art und Weise. Ja. Guck mal, Liebespartner, dein perfekter Partner ist dir schon begegnet. Ja. Entweder aktuell bist du mit dem schon zusammen oder du bist ihm schon begegnet, weißt nur noch nicht, dass er da ist und dass er das ist. Ja. Deswegen auch sich kennenlernen. Ja. Also, wie gesagt, nach dem Liebespartner, dass du ihm schon begegnet bist, ja, wirst du definitiv, wird sich das festigen können. Dann werden die Gespräche von Herz zu Herz geführt werden. Er kommt auf dich zu. Er möchte, offenbart sich hier, er möchte mit dir sozusagen ein heiles Familienleben führen. Das ist ein karmischer Prozess, damit die Altlasten abgegolten werden können. Und was sehe ich hier? Es passt. Ihr passt perfekt zusammen. Hallo. Muss ich jetzt dazu noch mehr sagen, Schütze? Was für eine Liebeslegung. Alte karmische Prozesse dürfen hier abgelöst werden, damit ihr sozusagen endlich in euer... Oh, jetzt ist mal ja. Damit ihr endlich hier in euren ruhigen Familienalltag gehen könnt. Und schaut mal. Erfolg. Hab Vertrauen. Es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Leute, muss ich noch was sagen? Schütze und die Liebe. Wenn du schaffst, schütze diesen Prozess, deine Ängste und Sorgen, dieses Mangeldenken, dass du wieder verletzt werden könntest. Egal ob in einer bestehenden Beziehung, wo man sich schon kennt oder sich neu kennenlernt in einer bestehenden Beziehung oder du komplett jemanden Neues kennenlernen wirst, es wird auf jeden Fall ein Happy End geben. Du wirst die Entscheidung für den Erfolg treffen. Du wirst auch die Entscheidung für ein Familienleben treffen. Schütze, ich danke dir für dein Abo und dein Like. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du kommentierst, ja. Ich freue mich überhaupt, dass ihr da seid und dass ihr so fleißig an euch arbeitet, denn das finde ich richtig toll. Das hier ist ein absolut karmischer Prozess, den ich hier sehe, wo alte Sorgen und Ängste und Kummer abgelöst werden können. Ihr habt den Mann an der Seite, der euch hier hilft, diese Prozesse sozusagen abzulösen und hier in ein neues Familiendasein, was euch vorherbestimmt ist, eintauchen zu können, ja. Wahnsinn, echt schöne Legung, muss ich sagen. Ich freue mich für euch, ja. Geht ins Vertrauen, seid bitte nicht zu verkopft, führt offene, ehrliche Gespräche von Herz zu Herz und dann werdet ihr sehen. Dann klappt es auch mit eurem Partner. In diesem Sinne, alles Liebe macht's gut. Ich danke euch von Herzen. Bis dann, ciao.